Hallo, Armin Staudt mit einem Photoshop-Tutorial. Wir sind immer noch bei den Voreinstellungen und sind jetzt bei Kategorie 15 angelangt, nämlich der Schrift. Jeder, der sich mit Typografie heutzutage auseinandersetzt, weiß, dass das eine eigene Wissenschaft ist. Also dafür gibt es extra Leute, die sowas drauf haben. Weil heute ist nämlich eine Schrift nicht mehr einfach nur so A bis Z und ein paar Sonderzeichen, einmal ein kleiner und einmal ein groß und ein paar Zahlen. Nee, heute ist eine Schrift quasi so ein eigenes Lexikon für sich. Vor allen Dingen, wenn es um Open-Type-Schriften geht. So, und das darum handelt, dass sich hier auch so ein wenig diese ganzen Voreinstellungen... Also, erstens geht das mal los. Typografische Anführungszeichen verwenden. Typografische Anführungszeichen, das sind die so, wie wir es hier in Deutschland in der Schule gelernt haben. Also, Anführungszeichen unten, Anführungszeichen oben. Die Amis und Programmierer, die schreiben Anführungszeichen nur oben. Und wenn ihr das haben wollt, dann schaltet ihr das einfach aus. So, Schutz für fehlende Glyphen aktivieren. Was sind denn überhaupt Glyphen? Also, wir holen uns jetzt mal hier das Zeichenfeld. Und dann holen wir uns hier aus dem Menü die Glyphen. So, und jetzt könnt ihr euch nämlich mal so eine Schrift angucken. Wir sind jetzt hier bei Areal. Das ist ja so eine Allerweltschrift. So, das passt mal auf. Jetzt gucken wir uns mal die gesamte Schrift an. Machen die mal ganz klein. Und scrollen jetzt mal hier 15 Meter hoch. Also, das ist jetzt zum Beispiel Areal. Und hier sind Millionen von Glyphen drin. Das heißt, das sind so eine Art Sonderzeichen. Die kann man jetzt hier auch noch in Kategorien anzeigen. Am besten mache ich das dazu aber wieder ein bisschen größer, dass man überhaupt was sehen kann. Und hier seht ihr schon solche seltsamen Zeichen. So, wenn ich jetzt hier, das sieht zum Beispiel aus wie Hebräisch oder so. Oder Arabisch. Das heißt, keine Ahnung. Sehr wahrscheinlich sind hier sogar verschiedene Sprachen schon mit drin in dieser Einschrift. Dann, was nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal, ich versuche mal Symbole. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, was dabei rauskommt. Also, jetzt nehmen wir mal hier das Text-Tool und tippen jetzt hier mal ein durchgestrichenes A rein. So, und jetzt tippen wir hier mal verschiedene andere, mit einem Doppelklick so verschiedene andere Sonderzeichen rein. So, die habe ich jetzt in dieser Schrift. So, jetzt aktiviere ich hier diese Ebene, sodass wir hier keinen Cursor mehr haben und ich die Schriftart insgesamt ändern kann. Und gehe jetzt mal auf eine Schrift, die keine Open-Type ist. Die Open-Type-Schriften, die haben hier so ein O. TK weiß ich gar nicht, was das ist. Das ist so eine Adobe-Schrift, die ich mir da von der Homepage von denen geholt habe, über die Cloud. Das seht ihr, da hört jetzt schon mein Wissen auf, weil ich nämlich kein Typograf bin. Also nicht mehr. Früher habe ich mich damit auseinandergesetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt seht ihr jetzt zum Beispiel hier bei Google Spice heißt diese Schrift, es erscheinen überhaupt keine Zeichen mehr. Das heißt, in dieser Schrift sind überhaupt keine Zeichen vorgesehen, offenbar. Da sind wahrscheinlich nur ein paar Sonderzeichen drin. Und jetzt könnt ihr jetzt zum Beispiel gucken, also wenn ihr jetzt zum Beispiel solche Rechtecke seht, dann sind das quasi Ersetzungen. Also Ersetzungen, die euch anzeigen sollen, dass es diese Zeichen nicht gibt in dieser Schrift. Mich wundert das, dass hier in solchen True-Tribe-Schriften überhaupt solche Sonderzeichen mit drin sind. Das ist aber so, dass die jetzt nicht eins zu eins übersetzt sind, sondern ich habe früher sogar Schriften mal selber gemacht. Das ist aber 100 Jahre her. Das heißt, diese Felder hier, die sind quasi definiert. Und wenn ich jetzt bei der einen Schrift hier so ein durchgestrichenes Y drin habe, kann ja bei dem anderen auch ein G sein mit einer Sonne drüber oder sowas. Also das heißt nicht, dass die jetzt dieselbe Bedeutung haben oder so. Das heißt nur, dass jetzt in diesem definierten Feld also dieses definierte Zeichen drin ist. Okay, also hier hört jetzt auch schon mein Wissen auf und deswegen mache ich das jetzt auch wieder zu und wir gehen wieder in die Voreinstellungen. Schrift. Jetzt Schriftnamen in Englisch anzeigen. Ja oder nein? Also entscheidet euch. Dann hier eine wichtige Sache. Text mit Escape-Taste bestätigen. Das ist bei Photoshop so. Wenn ihr eine erweiterte Tastatur habt, dann benutzt ihr eigentlich zu 90% zum Bestätigen von Dialogen die Enter-Taste im Zahlenfeld. Weil die ist dafür da, Dialoge zu bestätigen. Ja, das ist irgendwie deren Aufgabe. Wenn ihr jetzt aber in einem Textfeld seid zum Beispiel. Ich bin jetzt hier in einem Textfeld. Ich habe jetzt hier einen Cursor. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und kann jetzt hier irgendwas reintippen. Okay? So, und wenn ich jetzt mit der Enter-Taste des Zahlenfeldes bestätige, dann habe ich quasi meine Bearbeitung bestätigt und bin jetzt hier wieder im normalen Ebenenmodus. Kann hier also nicht mehr reintippen. So, jetzt gehe ich hier rein mit dem Cursor und nehme die normale Enter-Taste. Das ist klar, was jetzt passiert. Jetzt mache ich nämlich Absätze da rein. So, und wenn ihr jetzt keine erweiterte Tastatur habt, also keine zwei Enter-Tasten, dann könnte es eine praktische Sache sein, dass ihr zum Beispiel sagt, dass ihr mit Escape bestätigen wollt, weil ihr nämlich sonst keine Möglichkeit habt, außer ihr macht das dann irgendwie mit der Maus, wenn es irgendwo so ein Häkchen gibt oder so. Also, das ist eigentlich für Leute, die keine erweiterte Tastatur haben, würde ich jetzt mal mutmaßen. So, Textebenen-Glyphen-Alternativen aktivieren. Legt fest, ob Textebenen-Glyphen-Alternativen angezeigt werden. Diese Hilfetexte sind manchmal so schwachsinnig, weil die einfach genau den Text nochmal wiedergeben, der hier sowieso schon steht. Textebenen-Glyphen-Alternativen aktivieren. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ja wahrscheinlich irgendwas mit Schutz für fehlende Glyphen. Das hängt ja wahrscheinlich irgendwie zusammen. Textebenen-Glyphen, wer weiß das? Wer schreibt mir das in die Kommentare? Ich habe jetzt echt keine Lust, das zu googeln. So, neue Textebenen mit Platzhaltern füllen. Das habt ihr eben schon gesehen. Also, ich nehme hier mein Text-Tool und dann ist das mit Lore-Y. Ist das gefüllt, ja? Also, wahrscheinlich, wenn das jetzt größer wäre, warte mal, ich bestätige das mal, wenn ich jetzt ein größeres habe, wird ja auch mehr Text reingeschrieben. Ja, genau, dann habe ich hier gleich irgendwie, ist ja wahrscheinlich Bellum-Germanicum oder irgendwie sowas. Ne, wie heißt das? Bellum? Wie hieß dieses Buch von Julius Caesar? Bellum, nicht Germanicum, sondern irgendwas, was hieß denn nochmal? Gallicum, genau. Bellum Gallicum hieß das. So, dann haben wir hier neue Textebenen mit Platzhalter füllen. Anzahl der zuletzt angezeigten Schriften. Das habt ihr eben hier schon gesehen. Das sind jetzt bei mir zehn Stück. Das sind nämlich die hier oben bis zur ersten Linie. Das sind jetzt die Schriften, die quasi gespeichert werden. Dann, hier drüben habe ich auch keine Ahnung, was das für einen Unterschied macht, weil ich so selten ostasiatisch schreibe. Das heißt, ihr könnt hier offenbar zwei ostasiatische Maschinen anschalten oder euch dazwischen entscheiden. Hier steht, legt das Standardtextmodul eines neu erstellten Dokumentes fest. Standardtextmodul. Wieso ist mein Standardtextmodul? Ist also ostasiatisch. Also, was ihr hier seht, das ist alles jetzt ostasiatisch, okay? So, mehr gibt es dazu offenbar nicht zu sagen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zu diesem sehr rudimentären Tutorial habt, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Euer Armin Staud.